Es ist soweit. Der Augenblick der Wahrheit ist gekommen. Sind wir jetzt aus dem Zeitloch draußen oder nicht? Das werden wir herausfinden. Was ist denn das? Stimmt irgendwas nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir aus diesem verfluchten Wald draußen sind. Ich habe alles dafür getan, damit wir rauskommen. Und warum sind wir da nicht auf der Hauptstraße, sondern wachen aus einem Tiefschlaf auf? Was war das? Irgendwas ist hier anders. Hey, warte mal! Zum Glück habe ich jemanden gefunden. Wer bist du? Hi, ich bin Finn. Wir sind draußen. Bitte lass uns draußen sein. Costa ist ein Verräter, der führt uns die ganze Zeit nur an der Nase rum. Wer nicht mit uns ist, ist es gegen uns. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir alleine sind. In meinen Abenteuerbüchern passiert immer irgendwas Schlimmes, wenn die Freunde sich tragen. Es ist kalt hier auf einmal. Das Blöse erhebt sich wieder. Lass uns bitte zurückgehen. Bitte. Wir sprechen eine neue Zeit an. Irgendwas ist hier passiert. Irgendwas ist da draußen im Wald. Ich warne euch. Was da? Ich hole euch. Ich finde euch alle.